Guten Morgen, es ist jetzt, oh, das sieht nach einem Unfall aus, oder eine Katze, die eine Taube gegessen hat, richtiges Thema zum Frühstück, nein, guten Morgen, es ist jetzt, was ist denn Mittwoch, der siebte, und ich grüße euch, und ich bin jetzt auf dem Weg, Dokumente abzugeben, die man besser, jetzt werde ich fast gestolpert, die man besser selber abgibt, als sie mit der Post zu schicken, weil es eilig ist, und heute ist kein so ein schöner blauer Himmel, gestern Abend war es total neblig, kurze Impression. Unglaublich neblig ist es heute Abend, und kalt, der Hammer. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich wieder bei der Arbeit, ich auch, mit dem Mitarbeiter meines Vertrauens, und ja, hilft auch nichts, es ist arschkalt, und ich stehe heute den ganzen Tag auf der Straße. Und tu mal was. Ja, ernsthaft jetzt, aber was denn, dann gib mir eine Aufgabe, du bist ganz schön. Ich weiß nicht, dann zieh mal am Schärfen ran. Am Schärfen ran. So, dann, aber ganz wild. Aber ganz wild. Klappe habe ich im Bild, danke. Ach so, für alle Leute, die dich noch aus einem anderen unserer Vlogs kennen. Ja. Wie war's heut? Ja herrlich. Ja herrlich. Träumchen. Bisschen kalt, aber sonst wunderschön, jederzeit gerne zu wiederholen. Und zwar nachts. Nackt. Nachts. Tschüss. 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 Jetzt wird es doch noch schön. Inspiriert von der Adriana gibt es bei mir heute ein Avocado-Sendlich-Softestück, bei mir natürlich vollkommen. Heute, weil es einfach nicht anders geht, ein paar haushaltliche Tätigkeiten. Ich habe noch einen Vorschlag für Weihnachten. Wer mir ein Geschenk machen möchte, der schenkt mir einen Punzenroboter. Also, ganz schnell bitte. Mittag! Ich grüße euch noch zum Abend, heute war der siebte Tag von, an dem Wort übe ich jetzt noch ein bisschen. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, habt eine gute Nacht und ich freue mich auf morgen. Tschüss, tschüss! 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 Tschüss!